Am 20. Januar zieht Donald Trump als der 45. Präsident ins Weiße Haus ein. Scheiße. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ihr seht es in der Brille. Heute geht es um Casey Neistat und um elektrische Skateboards. Ein Thema, was mich richtig nervt. Ich bin Phil und ihr seht eine Folge von Jetzt mal im Ernst über Elektro Skateboards. Warum ich diese Brille trage? Ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich kennt ihr Casey Neistat, den wohl wichtigsten Vlogger auf dem Planeten. Millionen von Followern, 10 Millionenste Views seiner Videos. Und der fährt immer auf so einem coolen elektrischen Skateboard rum. Wie der das überlebt, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, in London hat er das auch gemacht und in New York. Auf jeden Fall fährt er mitten durch den Verkehr. Das Ding ist super schnell. Und alle möglichen anderen Vlogger fangen in den USA zumindest damit jetzt auch an. Weil es super cool ist halt mit so einem geilen Skateboard. Weißt du, das ist so ein bisschen hip. Ist halt ein Longboard mit Motor. So weit, so gut. Und also habe ich mir gedacht, wenn jetzt alle Leute anfangen, diese elektrischen Skateboards auch zu benutzen für Vlogs, dann gucke ich mir das doch mal an, wie ist denn das überhaupt in Deutschland? Denn in Deutschland sind wir ja durchaus an Gesetze gebunden, die ein bisschen strenger sind als in den USA. So, jetzt nehme ich mal die Brille ab, weil ich bin ja nicht Casey Neistat, will ich auch nicht sagen. Alles klar. Elektrische Skateboards. Könnt ihr kaufen. Relativ viel sogar. Boosted Boards, die amerikanische Firma, von denen Casey Neistat das elektrische Skateboard benutzt, gibt es noch nicht in Deutschland, aber ihr könnt es vorbestellen für, ich glaube, 999 Dollar. Und dann habe ich angefangen, das Ganze mal zu recherchieren. Deutschland, kauft euch keine elektrischen Skateboards. Beziehungsweise kauft euch keine, die über 6 Stundenkilometer fahren. Die sind nämlich nicht erlaubt, weil sie für den Straßenverkehr zulassungspflichtig sind. Jetzt können wir natürlich sagen, ist mir auch egal, ich fahre damit und wenn die Polizei kommt, dann nehmen sie es mir ab. Ist auch schon passiert. Jemand fährt auf dem elektrischen Skateboard, die Polizei catcht ihn. Das Ding war selbst gebaut, ist ein ganz interessanter Fall gewesen. Sie haben es eingezogen und haben ihn laufen lassen. Er hat nicht mal eine Verwarnung bekommen. Alles war, alles cool oder nicht? Und schließlich könnt ihr es überall kaufen, was soll's. Theoretisch ist es aber rechtlich so, dass ihr nur auf eurem eigenen privaten Grundstück oder auf Feldwegen, wenn ihr niemanden stört, mit solchen Dingern fahren dürft. Deswegen, wenn ihr danach googelt, werdet ihr auch finden, dass die meistens relativ große Reifen haben. Nicht so wie Casey Neistat mit eigentlich normalen Skateboardrollen. Ich bin lange, lange Skateboard gefahren und ich weiß natürlich, dass theoretisch ich immer auf dem Fußweg hätte fahren müssen, weil es ein Sport- oder Spielgerät ist, das Skateboard, ohne irgendwelche Motoren. Auf der Straße hätte ich nicht fahren dürfen. Ist soweit aber kein Problem, weil es kein zulassungspflichtiges Straßenverkehrsmittel ist. Also rechtlich ist es so, sobald etwas über 6 Stundenkilometer fährt, darf es nicht mehr auf einem Fußweg fahren. Und auf der Straße darf man auch nicht fahren, weil ein elektrisches Skateboard nicht zugelassen ist. Soweit so gut, soweit so eigentlich Kavaliersdelikt mäßig. Naja, so einfach ist das nicht. Je mehr Leute elektrische Skateboards fahren, die sehr, sehr schnell fahren, das von Casey Neistat fährt irgendwas 35 Stundenkilometer, also schon richtig nice. Das ist gefährlich, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wer auf seinem Leben steht, fährt es vielleicht nicht. Ich hätte es gerne mal ausprobiert. Aber sobald du eine Zulassungspflicht hast im deutschen Straßenverkehr, dann hast du ein Problem. Denn wenn jetzt immer mehr Leute elektrische Skateboards fahren und denken, na gut, wenn die Polizei das einzieht, ist halt so. Außer, dass die Dinger sau teuer sind. Wer die Kohle hat und sagt, gut, wenn die Polizei mein 1000 Euro elektrisches Skateboard wegnimmt, das ist mir nicht gut, alles klar, gut für euch. Aber, wenn ihr erwischt werdet damit, habt ihr ein ganz großes Problem. Das ist nicht nur ein einfaches kleines Kavaliersdelikt oder eine kleine Ordnungswidrigkeit. Nicht nur kann das extrem hohe Strafen nach sich ziehen, sondern ist es so, dass ihr euren Führerschein verlieren könnt. Weil es so ist, reingesetzlich, als ob ihr ein Auto ohne Zulassung fahrt. Ich weiß, das ist total absurd, weil ich meine, hey, das ist ein Skateboard mit einem kleinen Motor dran. Und das ist ja kein Porsche, den ihr einfach mal nicht angemeldet habt, weil ihr keinen Bock habt auf Versicherung und so weiter. Weiterhin ist es so, wenn ihr damit fahrt und ihr baut einen kleinen Unfall, was vielleicht passieren kann, weil die Dinger sehr, sehr schnell sind, kein Versicherungsschutz. So, fassen wir mal zusammen. Erstens, kostet das richtig viel Kohle, wenn ihr damit erwischt werdet. Zweitens, könnt ihr euren Führerschein verlieren, beziehungsweise euren Anspruch auf eine Fahrerlaubnis für die Zukunft, falls ihr noch keinen habt. Und drittens, versicherungsmäßig seid ihr nicht abgedeckt. Ist ähnlich wie bei Drohnen. Das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung von Jetzt mal im Ernst. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, wunderbar, alles klar. Die Hersteller werden das ja wohl so auch sehen und werden natürlich dann auf ihren Websites darauf hinweisen. Die Deutschen tun das auch. Es gab ein Berliner Startup von zwei Jungs, die haben, also beides Ingenieure, haben ein richtig geiles elektrisches Skateboard gebaut, haben gemerkt, hey, mit dem ganzen rechtlichen Kram funktioniert das nicht. Also, lassen wir es. Good choice. So, ihr könnt jetzt natürlich auf verschiedenen Websites und verschiedenen Foren verschiedene Arten von elektrischen Skateboards kaufen. Ich habe mir aber gedacht, hey, ich spreche mal mit der PR von Boosted Boards. Diesen super Hochleistungselektrischen Skateboard war es Casey Neistat, benutzen viele andere Vlogger in den USA inzwischen auch. Dabei bin ich auf etwas gestoßen, was mich extremst böse macht, weil es ja so ist. Verkaufen darf man die Dinger ja. Ihr dürft sie bloß nicht benutzen. Ihr gebt schön 1000 Euro aus, kriegt das Ding, fahrt und ihr seid verantwortlich dafür, wenn ihr erwischt werdet. Die PR-Leute von Boosted Board haben mir geschrieben, klar, wir bringen das Boosted Board auch in Deutschland, Österreich etc. raus. Und da habe ich sie darauf hingewiesen, wie ist denn das rechtlich? Ihr wisst ja, Straßenzulassung und so weiter. Theorisch müsste das Ding ein Kennzeichen haben und hätte Versicherungspflicht wie ein Auto. Dann die gesagt, ich muss da ein bisschen ruhig bleiben, ich muss das schon ein paar Mal aufnehmen, dass ihnen das relativ egal ist, denn verkaufen dürfen sie es ja. Ist das nicht super? Das ist doch Kapitalismus in der reinsten Form. Hey, ist mir doch egal. Hauptsache du gibst mir die Kohle. Ich finde das extremst scheiße und deswegen habe ich mal diesen kleinen Beitrag hier gemacht. Wenn ihr Bock habt auf ein elektrisches Skateboard, denkt lieber doppelt darüber nach. Es ist nicht so einfach in Deutschland, auch in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber Deutschland, Österreich habe ich recherchiert. Theoretisch müsste, es gibt auch eine Lobby für elektrische Skateboards, theoretisch müsste es dann irgendwann mal eine rechtliche Grundlage geben. Aber solange es diese nicht gibt, kommt ihr in Teufelsküche, wenn ihr mit auf der Straße fahrt. Und die Hersteller interessiert es in Scheißdreck, gelinde gesagt, ob ihr erwischt werdet, euren Führerschein verliert oder groß was bezahlen müsst. Hey, sie haben eure Kohle. Und sie sagen im Kleingedruckten, hey, ihr dürft das nicht. Das nervt mich. Und das ist wirklich nicht cool. Natürlich ist dann auch noch so ein bisschen die ganze Arroganz der Amerikaner in der Mail von Boosted Bots mit drin, so von wegen, wir wissen, dass wir das geilste Produkt haben, du darfst unsere Bilder nicht benutzen, etc. Echt, ganz ehrlich, ja, ich finde Casey Neistat auch geil. Ich meine, der ist Filmemacher, bevor er eigentlich Vlogger ist. Deswegen ist er echt gut. Seine Bilder sind toll. Alles ist super. Seine Drohnenaufnahmen, dazu komme ich in der nächsten Folge. Seine Drohnenaufnahmen sind der absolute Hammer. Aber ihr könnt das nicht so machen. Ihr könnt nicht die nächsten Casey Neistats werden auf einem Boosted Board oder einem anderen elektrischen Skateboard, weil wir in Deutschland ganz andere gesetzliche Grundlagen haben. Und es ist eben kein Kavaliersdelikt. Ich möchte es bitte nochmal sagen. Es ist kein Kavaliersdelikt. Ihr kommt in Teufelsküche. Ihr könnt dabei alles verlieren, viel Geld bezahlen, euren Führerschein oder Anrecht auf Führerschein verlieren. Denn guckt euch, wenn ihr da drauf aus seid, so etwas zu kaufen, einige der Foren an. Ich werde unten in die Anmerkung ein paar der Foren von Enthusiasten von elektrischen Skateboards mal reinpacken. Und dann könnt ihr euch selber informieren, wenn ihr wirklich dieses Risiko eingehen wollt. Und selber bauen ist übrigens auch nicht. Wenn ihr jetzt denkt, ist ja kein Problem, ich baue mal selbst was. Ist genau das Gleiche. Das ist so, als ob ihr euch selbst ein Auto baut. Muss auch erstmal abgenommen werden. Dazu kommt natürlich nochmal, dass es durchaus elektrische Skateboards gibt, die unter 6 Stundenkilometer fahren. Die dürft ihr theoretisch fahren. Aber nicht auf der Straße. Nicht auf der Straße, denn das ist dann ein Sport- und Spielgerät. Ähnlich wie ein Skateboard. Beim Skateboard wird es nie jemanden interessieren. Ich rede ohne Motor. Beim Skateboard wird es niemals jemanden interessieren, wenn ihr auf der Straße fahrt, obwohl ihr es nicht dürft. Wenn ihr einen Unfall habt, ist es versicherungsmäßig ein bisschen schwieriger. Ich bin lange Skateboard gefahren. Ist alles gut. Viele Leute machen das und das ist auch alles gut. Skaten ist geil. Gar keine Frage. Aber schaut in die Foren rein. Ich werde auch nochmal einen Gesetzestext verlinken. Und ich muss euch wirklich ans Herz legen. Informiert euch vorher. Denn die Hersteller interessiert es einen Scheißdreck. Die Hersteller wollen ihren Kram verkaufen. Und da ist es ihnen auch egal. Sobald ihr das bezahlt habt, ist ihnen das egal. Ob ihr damit Probleme habt. Auch rein gesetzlich. Das haben die auch so gesagt in der Mail. Deswegen bin ich nicht mehr so ein großer Fan von Boosted Bonds. So, wie ich schon gesagt habe, das nächste jetzt mal im Ernst wird sich um Drohnen und die rechtlichen Grundlagen, Versicherungsgrundlagen etc. in Deutschland drehen. Ich hoffe, das hier war informativ für euch. Und ihr, falls ihr euch für elektrische Skateboards interessiert, guckt einfach mal nach im Netz und auf den Links, die ich unten poste. Wichtig ist noch dazu, dass ihr bitte, und das ist wirklich wichtig, einfach mal kommentiert. Wie seht ihr das? Dürfen die das? Die Hersteller? Geben es einfach raus. Passt schon. Also, kommentiert, liked und folgt diesem Channel, damit ihr immer darüber informiert seid, was als nächstes kommt. Ich freue mich auf euer Abo, ich freue mich über eure Likes, Dislikes meinetwegen auch, weil ihr das vielleicht ganz anders seht und über Kommentare. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche.